Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Karsten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um das Thema Slugging, also ein etwas schleimiges Thema. Ich werde euch erklären, was es ist, wie es funktioniert und was meine Meinung dazu ist. Slug ist ja auf Englisch die Schnecke und der Begriff Slugging kommt daher, dass man das Gesicht einschmiert mit einer Vaseline, nachdem man einen Wirkstoff aufgetragen hat oder einfach nur mit Vaseline und weil das Gesicht dann eben so schleimig aussieht, nennt man dieses dann Slugging. Das ist eine Behandlung oder eine Methode, die wir auch als Ärzte in der Dermatologie anwenden, wenn wir beispielsweise Wirkstoffe in sehr hoher Konzentration in die Haut bekommen möchten und wenn die Hautbarriere stark verdickt ist, sodass es nicht möglich ist, mit einer normalen Zubereitung, indem man eine Creme oder eine Salbe auf die Haut aufträgt, genug Wirkstoff in die Tiefe zu bekommen. Ein Beispiel dafür ist die Schuppenflechte, die Psoriasis, bei der ja Entzündungen in der Haut entstehen und gleichzeitig auch eine ziemlich dicke Schuppenkruste auf der Haut vorhanden ist, so silbrig glänzend. Und damit man bei dieser Erkrankung Wirkstoffe dann in die Haut bekommt, wenden wir dieses Slugging an. Nur, wir sagen nicht Slugging dazu, sondern Okklusion. Das heißt, wir verschließen den Wirkstoff auf der Haut. Wir machen das beispielsweise mit einer Frischhaltefolie, die wir dann, nachdem wir die Salbe aufgetragen haben, auf die Haut draufgeben und festkleben. Man kann natürlich auch genauso gut Vaseline verwenden, was ja aktuell auch in den sozialen Medien hierfür eingesetzt wird, für dieses Thema Okklusion. Das Ziel der Okklusion oder des Sluggings im kosmetischen Bereich ist, dass man eine strahlende Haut bekommt, dass sie glänzt. Natürlich, wenn ich mein Gesicht eincreme mit Fett, dann glänzt meine Haut, aber das ist jetzt nicht das hauptsächliche Ziel dieses Slugging, sondern man will einfach Wirkstoffe in die Haut bekommen, sodass sie dann einfach effektiver und stärker wirken. Wie funktioniert dieses Slugging jetzt konkret? Zunächst gibt man den Wirkstoff auf die Haut, also ein Serum beispielsweise, was Antioxidantien enthält oder Hyaluronsäure. Manche verwenden sogar Retinoid oder Retinol, also Vitamin A-Säure, Abkömmlinge. Dann, wenn man es besonders intensiv machen will, dann trägt man noch eine Feuchtigkeitscreme auf und dann kommt letztendlich das Slugging, nämlich das Auftragen der Vaseline auf diese ganzen Schichten. Und diese Vaseline führt dazu, dass die obere Schicht der Epidermis, also der Oberhaut, aufquillt und die Wirkstoffe dann besser in die Tiefe eindringen können. Die obere Hautschicht der Epidermis ist eigentlich unsere Schutzschicht, die Hornschicht oder Stratum Corneum und die soll eigentlich dafür sorgen, dass keine Fremdstoffe in unsere Haut eindringen. Aber wenn wir die aufweichen durch das Aufbringen von Vaseline, dann kann das eben geschehen und die Wirkstoffe dringen durch die Schichten der Epidermis und sogar bis in die oberen Schichten der Lederhaut ein und können dann dort eben wirken. Durch dieses Slugging hat man zum einen eine Wirkverstärkung, das heißt, die Stoffe dringen tiefer in die Haut ein und zum anderen auch eine starke Hydratisierung der Haut, das heißt, die Haut quillt auf, dadurch verschwinden kleine Fältchen und die Haut glänzt und ist strahlender. Das hört sich ja zunächst einmal super an, aber gibt es da auch Risiken und in der Tat gibt es erhebliche Risiken beim Slugging. Denn wenn die obere Hautschicht aufquillt, dann hält sie eben die Feuchtigkeit nicht mehr so gut in der Haut zurück, das heißt, es verdunstet viel mehr dann aus der Haut. Dadurch trocknet die Haut aus, es kann zu Eczemen kommen und durch diese Überfeuchtung kann auch eine sogenannte periorale Dermatitis entstehen und eine Rosazia kann getriggert werden durch dieses Slugging. Außerdem ist es so, dass da natürlich sehr hohe Wirkstoffspiegel im Gewebe entstehen können, die gar nicht erforderlich sind für kosmetische Anwendungen, sondern die sogar die Zellen schädigen können. Aus meiner Sicht ist es deshalb so, dass man auf das Slugging verzichten sollte. Wenn man experimentierfreudig ist, dann kann man das mal machen, vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat, um zu sehen, wie es funktioniert. Und wenn man es gut findet, dann kann man es auch in großen Abständen wiederholen. Für eine gar tägliche Anwendung ist dieses Verfahren absolut nicht geeignet. Und bitte bedenkt, dass dieses Verfahren aus der heilenden Hautmedizin stammt, wo man wirklich Erkrankungen behandeln will, die höhere Wirkspiegel erfordern und die auch eine viel, viel stärkere Barriere haben, so dass man viel mehr Aufwand betreiben muss, um die Wirkstoffe dann an den gewünschten Ort zu bringen. Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Slugging gemacht? Wie habt ihr es vertragen? Es würde mich sehr interessieren, wenn ihr es hier in den Kommentaren postet. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Kasten.